Hallihallo ihr lieben Leute von heute und herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy 7 Remake. Im letzten Part wurden wir noch heftig und lange von einem seltsamen Heli-ähnlichen Ding verfolgt, aber wir haben es geschafft zu entkommen. Jetzt sind wir hier oben und ja, müssen immer noch, noch weiter nach oben. Wir sind immer noch nicht am Ziel. Ah, da. Ich wollte schon gerade sagen, da hinten will ich nicht hin, da ist es zu bock für mich. Ah, da ist er ja wieder. Luft! Rett, 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 rett! Das sieht übel aus, Mann! Sieht aus, als würde der Wettlauf hier enden! Achtung! Nicht übertreiben! Verdammt, verdammt, verdammt! Ach, obwohl ihr kennt ja noch nichts. Ne, ihr habt gerade nichts. Und gleich noch mal. Da fliegen die Augen aus den Zähnen! Na, das ist auch so. Nein, 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 die Güte. Alles okay? Ja, Ruf! Ja! 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 Hilfe! Na endlich hat er mal aufgehört ey, ist ja furchtbar. Hier, das stärkste für dich, was ich an Blitz zu bieten habe. Hehe. Jawoll. So. Mach mal Klinge. Ja komm. Da geht nochmal. Jawoll. Ach nö. Seriously. Na gut, wenn du immer noch nicht genug hast, dann ist es halt so. Na gut, wenn du immer noch nicht genug hast, dann ist es halt so. Oh ne, nicht schon wieder sowas hier. Warum verfolgst du mich? Warum mich? Ich bin zu schön um zu sterben. Geh weg. Also mal ganz ehrlich, das ist doch nicht so nett. Alter. Ich kriege gleich die Witze. Hä, hilft ja nix. Oh. Was hab ich denn grade? Ifrit euch ja kommt, ne? Ist grad echt zu nervig sonst. Ja echt, ich muss das sein. Ja echt, ich muss das sein. Das geht dann. Gutommend. Woah. Du Autotgeschichte. Du Autotgeschichte. Verdammt! Tifa! Berret! Besser als jede Achterbahnfahrt. Na, dann weiter. Bin dabei. Auf in die Höhle des Löwen. Oh, yeah. Mann, das war ja vielleicht was, ey. Eine Scheiß nach der anderen. Aber dieser Roboter war auch echt nicht ohne. Meine Güte, meine Güte. Pizza ungenießbar. Ja, sehe ich aber auch so gerade. Also diese Pizza auf jeden Fall. Aber ich hätte einmal wieder eine normale Pizza ganz gerne. Anhalten! Was für ein freundlicher Empfang. Bei so einem Anblick kann man fast die Hoffnung verlieren. Verzweiflung geht einem stärker. Manchmal zumindest. Spart euch die auf. Gut. Und was nun? Stürmen wir knallhart frontal rein? Macht mit Sicherheit Eindruck. Wir sind nicht zum Spaß hier. Hä? Zur Rückseite. Dort ist der Eingang zur Tiefgarage. Okay, dann machen wir das mal. Ihr geht da lang, dann gehe ich zuerst kurz hier gucken. Aber hier zu den Kisten komme ich gar nicht. Okay. Ja, Leute, nicht so voranstürmen. Ich will mich doch erst mal umgucken hier. Hier gibt es doch noch schönes Zeug. Schöne Sachen, die uns Freude machen. Aber ja, ihr kommt auch nicht zurück. Was ist denn da? Das muss ich mir mal eben angucken. Gehen wir mich hier rein? Nein. Wäre ja auch zu schön gewesen. Ich komme ja schon. Die haben sich vollkommen verbarrikadiert. Ich fühle mich geehrt. Wir sind sicher nicht deren einzige Feinde. Denk an die Hauptgruppe. Oder Wutai. Mit Wutai herrscht auf Waffenruhe. Jede Pause ist mal vorbei. Ja, je nachdem. Meine Hand ist ja auch zufrieden. Ich bin sicher. Ich bin sicher. Gleich wird's ungewöhnlich für die. Das verspreche ich. Wir sind hier, um Aerys zu retten. Nicht für deinen Rache-Feldzug. Feindkontakt vermeiden wir. Weiß ich doch. Aber das mindert die Wut in mir nicht im Geringsten. Und irgendwie muss man doch Dampf ablassen. Verdammt nochmal. Witzköpfiger als ein Bomber. Tja, that's Barrett. Achso, hier. Ich hab's grad nicht gesehen. Was zum Naschen, was zum Spielen. Supertrunk. Oh, hier geht sie sogar noch weiter runter. Will ich das direkt? Ich weiß es ja nicht gesagt, nicht? Das sieht eher so aus, als würde es da weitergehen. Dann geh ich erstmal da vorne hin zur Bank oder zum Automaten. Oder ist da überhaupt auch eine Bank? Doch, ist natürlich. Setzen wir uns nochmal. Kann nicht schaden. Das tat gut. Habt ihr was Schönes? Nein. Na gut, dann weiter. Da drüben. Ein Fahrzeug von Shinra. Mirna. Ja. 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 Draußen, alles okay? Alles okay, ja, sehr gut, gut, könnt weiter Barrett, Barrett, Barrett Das seht ihr vielleicht so, aber da gehen unsere Meinungen wohl auseinander, würd ich sagen Komm, direkt Limit für dich Ich will nicht Aber das sind schon ziemliche Idioten, dass wir nicht nach oben geguckt haben Es fällt doch auf, dass sie auf dem Auto drauf waren Also, finde ich Korrigiert mich, wenn ihr das anders seht Also, da müssen wir dich immer noch korrigieren, aber Ich meine Ich fand's ein bisschen unlogisch, aber egal Hey, was ist los? Kein Kontakt zur Zentrale mehr Haben die uns sabotiert? Keine Ahnung Ihr bemerkt auch nix Muschen Aber okay, ich muss hier durch Na, wenn Ich muss hier verstützen Stirb Komm, schluck Ähm, auch gut. Ja, ist gut, Cloud. Beruhig dich, beruhig dich. Es ist schon ein Tod. Das war jetzt etwas übertrieben, aber egal. Okay, von hier bin ich aber wirklich gekommen. Alles klar. Wollten wir sicher gehen? Ist hier was versteckt? Nein. Kann nicht. Hui. Fußball. Na, noch mehr, die Stress wollen? Garantiert. Der sieht mich nicht. Cloud winkt doch mal. Hallo. Das gleiche wie ihr. Ärger. Ja. Ja. Au, nein, 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 nein. Ich bin ehrlich. Ich bin gleich wieder anbauen. Ja. Dann geht das. Dann geht es nicht dir einfach. Dann geht es nicht. Blöder Hund Oh Soll ich mich heilen, weil dementsprechend auch Der hat ordentlich reingezogen Ah Ich mach's immer wieder Können, das reicht erstmal so Da geht's auf jeden Fall weiter Was ist hier? Hier ist nichts, okay Ach herrje, mir die Leute mit Schild sogar auch Nö, da geh ich wieder Aber naja, hilft ja nix Noch sehen sie uns nicht Soll mir recht sein Okay, let's go Aua, 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 aua Ach Mensch Das hat aber auch anstrengend Ja, gut Das war's Achso, von hier sind wir gekommen, alles klar Ich glaube aber nicht, dass sie die Zeit dazu hat, uns zu melden Von daher sollten wir relativ sicher noch sein Kommen wir hier überhaupt weiter Ja doch, hier geht's weiter Okay Aber bevor wir hier weitergehen, beende ich mal eben ganz fix den Part Denn der ist lang genug geworden Und ja, wir sehen uns hier auf jeden Fall beim nächsten Part wieder, würde ich sagen Und bis dahin macht's auf jeden Fall gut Und bis zum nächsten Mal Ciao 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 Ciao